Es ist der 26. Wir befinden uns hier in unserem Buschcamp, wo wir übernachtet haben. Hier ist unser Auto, das uns dahin gebracht hat. Es war eine sehr gemütliche Nacht. Das ist der ganze Platz, wo die kleinen Scheissmücken wohnen, die in der Nacht rauskommen. Im Moment ist es ziemlich chill. Jetzt sind keine hier. Aber wir haben ein paar seltene Tiere entdeckt, seit wir hier sind. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal und suchen die einfach. Beobachtungsposten Nummer 1. Von hier aus hatten wir die erste Begegnung mit den australischen Tieren. Oh ja, ich glaube wir haben Glück. Ich glaube wir haben Glück. Hier vorne sitzt eins. Nicht mehr so ein junges. Das ist jetzt irgendwie ein helles. Hier haben wir das Exemplar. Wir finden sie oft beim Beobachten. Beobachtet sie uns. Wenn er ganz ruhig bleibt. Dann macht es den Brunftschrei, wie wir gehört haben. Und widmet sich wieder seinen Beschäftigten zu. Das ist Lebensraum von diesem komischen Tierchen. Und heute kannst du alle fragen, wie es heisst. Ich glaube es ist eine Pomme. Und so sieht das hier aus. Kein schlechtes Plätzchen gewesen. Für einen zweiten Tag. So nach Weihnachten. ... ... Vielen Dank.